Helene Fischer und Florian Silbereisen – Unglaublich! Sie schweben beide wieder auf Wolke 7. Lang mussten Helene Fischer und Florian Silbereisen um ihr Liebesglück kämpfen, doch nun ist endlich alles perfekt. Erinnern Sie sich noch an die Schocknachricht im Spätsommer 2018? Damals wurde das Ende unseres Traumpaars Helene Fischer und Florian Silbereisen bekannt gegeben. Alle gemeinsamen Pläne, geplatzt. Keine Hochzeit, kein gemeinsames Kind. Doch jetzt kehrt endlich das Glück zurück. Für beide. Nach all den Dramen fließen nun endlich Freudentränen. Helene Fischer und Florian Silbereisen – Endlich ist ihr Glück perfekt! Die ganze Zeit schaute Florian seufzend auf das neue Leben seiner Ex. Helene hatte in dem Akrobaten Thomas Seidel ihren Seelenverwandten gefunden, bekam im Dezember 2021 Töchterchen Nala mit ihm. Und wie erst jetzt enthüllt wurde, nur wenige Tage vor der Geburt heiratete sie heimlich ihr großes Glück. Florian war mitgenommen, brach sogar vor laufenden Kameras in Tränen aus, als er Helene umarmte. Sie hatte ihn in seiner Schlagershow überrascht. Auch Helene weinte, aus anderen Gründen. Sie hatte Ärger bei den Bauarbeiten ihrer Traumvilla am Ammersee, die sie eigentlich mit Florian geplant hatte. Sie verletzte sich bei den Vorbereitungen für ihre Megatournee an der Rippe. Und bei der Show in Hannover zog sie sich eine Wunde an der Nasenwurzel zu, musste abbrechen. Und auch Florian hat wieder Schmetterlinge im Bauch. Nach vielen Flirts zog die ehemalige Hotelangestellte Sarah bei ihm ein. Der Traumchef-Kapitän liebt sie, weil sie so bodenständig ist. Sie drängt nicht ins Rampenlicht, sondern kümmert sich um das gemeinsame Luxushaus am Mondsee. Sie bereitet Grillabende mit seinen Freunden vor, pflanzt Blumen im Garten und hält ihrem Schatz den Rücken frei. Auch Florians Mutter Helga ist ein Riesen-Fan von ihr. Denn Sarah unterstützte sie nach dem Schlaganfall-Drama. Freunde von Florian halten sogar eine Hochzeit für möglich. Zumal sie ihre Liebe fast zwei Jahre heimlich genießen konnten, und die bereits so mancher Herausforderung standhielt. Mir geht es wunderbar, sagte er glücklich lachend zu den Spekulationen um seine neue Partnerin. Auch wenn es mit einem Liebes-Comeback von Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht geklappt hat, so ist es doch wunderbar, die beiden, jeder für sich, auf Wolke 7 zu sehen. Glück im Doppelpark! Wer weiß, was uns dieses aufregende Jahr noch bringt.